Krankenhäuser sollen Patienten gesund machen. Doch selbst so mancher Arzt bezweifelt das mittlerweile. Das Patientenwohl im Moment ist massiv gefährdet. Krankenhäuser, ein Riesengeschäft. Knapp 67 Milliarden Euro gaben die Kassen 2011 für Krankenhausbehandlungen aus. Haben die Ärztin irgendwie Hoffnung gemacht, dass ihr Mann durch die Operation länger leben kann? Nee. Und trotzdem haben sie operiert? Ja. Wann rechnet sich ein Patient für eine Klinik? Muss ich heute Angst haben, in die Wirtschaftsmaschine Krankenhaus zu geraten? Das System an sich ist auf Gewinnmaximierung angelegt und darauf, mit dem Patienten Geld zu verdienen. ZDF Zoom fragt. Geht es noch um den Patienten oder nur noch ums Geld? Der Gang auf den Friedhof fällt ihr immer noch schwer. Ich treffe Ilona Schöngraf. Hier liegt ihr Mann Peter. Bis kurz vor seinem Tod fühlte er sich kerngesund. Wegen einer kosmetischen Behandlung ging er im Sommer 2009 zu seinem Hausarzt. Er sollte ja sich den Bauchnabel machen lassen, weil er einen Nabelbruch hatte. Und da er ja in der Sauna gearbeitet hat, gesagt, lass das mal machen. Doch dem Hausarzt fällt bei der Untersuchung etwas auf. Er überweist ihn an das Waldkrankenhaus Spandau. Die Diagnose dort? Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ein Todesurteil. Der Arzt, da war ich bei. Und zwar, der hat gesagt, also entweder Operation und eine leichtere Chemo oder eine ganz schwere Chemo. Komplizierte Behandlungen. Aufwendig und riskant. Und Peter Schöngraf hat ohnehin nur noch wenige Monate zu leben. Zum Zeitpunkt der Diagnose hatte er noch keine Schmerzen. Haben die Ärzte Ihnen irgendwie Hoffnung gemacht, dass Ihr Mann durch die Operation länger leben kann? Nee. Nein. Und trotzdem haben Sie operiert? Ja. Haben die Ärzte Ihnen irgendwie vorgeschlagen, dass man vielleicht gar nichts macht, sondern einfach nur Schmerzmittel gibt und Ihren Mann die letzten Monate in Ruhe lässt? Nee. Also das gar nicht mal. Also hinterher habe ich es mir auch gesagt. Und habe gesagt, oh Gott, warum ist man nicht auf so eine Idee busgekommen? Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir waren da beide ein bisschen überfordert. Das Vertrauen lag ja einfach bei uns vollkommen in den Ärzten. Die müssen mir ja sagen, was zu machen ist. Ja. Ich bin ja in der Beziehung ein kleiner Knopf, habe ja davon keine Ahnung, was da zu machen ist. Kurz nach der Operation kommt es zu Komplikationen. Peter Schöngraf muss nochmal operiert werden. Dabei stirbt er. 14 Tage nach der Diagnose. Frau Schöngraf will den Tod ihres Mannes nicht so hinnehmen. Will wissen, was passiert ist. Sie wendet sich an Rechtsanwalt Joachim Lauchs. Er hat hunderte Patienten beraten. Hallo, Herr Hans. Was ist denn jetzt bei Herrn Schöngraf eigentlich schiefgelaufen? Es gibt ein Sachverständigengutachten, was eindeutig die fehlende Indikation für den Eingriff feststellt. Das heißt feststellt, dass man diesen Eingriff unter keinem sinnvollen medizinischen Gesichtspunkt durchführen durfte. Wie kann denn das sein, dass jemand, der todkrank ist und im Grunde, wo klar ist, der wird bald sterben, dass der noch operiert wird? Wir vermuten dahinter ökonomische Interessen. Es geht darum, einen Eingriff vorzunehmen, der entsprechend bezahlt wird. Das System an sich ist auf Gewinnmaximierung angelegt und darauf, mit dem Patienten Geld zu verdienen. Laut Gutachten der ärztlichen Schlichtungsstelle gab es keinen medizinischen Grund zu operieren. Frau Schöngraf bekommt 16.000 Euro Schmerzensgeld. Den Vorwurf, mit einer unnötigen Operation Geld verdient zu haben, weist der Träger der Klinik jedoch zurück. Der Vorwurf, es hätte eine Entscheidung aus wirtschaftlichen Gründen gegeben, ist hier nicht zutreffend. Bei einer Entscheidung gegen die Operation wäre in jedem Fall eine aufwendige Behandlung erforderlich gewesen, die unter Umständen auch teurer als eine operative Therapie geworden wäre. Trotzdem, Rechtsanwalt Lauchs hat jedes Jahr Dutzende neue Fälle bundesweit. Was für einen Trend beobachten Sie da in den letzten Jahren? Wir beobachten einen Trend zu Eingriffen, das heißt also Behandlungen vorzunehmen, die über das Fallpauschalen-System vergütet werden. Weil der Eingriff honoriert wird und weniger die begleitende Behandlung oder die Beratung. Operieren ohne medizinische Notwendigkeit. Nach unseren Recherchen ein zunehmendes Problem. Schuld daran, sagen Kritiker, sei das Fallpauschalen-System. Medizinkontroller Hubert Greif soll mir das Fallpauschalen-System genauer erklären. Sein täglicher Job? Patientenschicksale in Geld umrechnen. Wie funktionieren das, diese Fallpauschalen eigentlich? Die Fallpauschalen werden wie folgt ermittelt über das Geschlecht und das Alter des Patienten und den Diagnosen, die der Behandlerarzt festgestellt hat. Und auch den durchgeführten Therapien, sprich Operationen, wird dann die Fallpauschale in einer EDV-Software auch ermittelt und am Ende dann auch abgerechnet. Können Sie mir das mal zeigen, wie man so eine Fallpauschale ermittelt? Ja, das zeige ich sehr gerne. Greif gibt Geschlecht, Alter und die Diagnose Blinddarmentzündung in die Software ein. Als Behandlung gibt er die Standard-OP Blinddarmentfernung an. Am Ende steht ein Code, der wird in Geld umgerechnet. Das heißt, ich kriege für eine Blinddarm-OP im Schnitt 2309,46 Euro? Ja. Diese Pauschale ist im Allgemeinen kostendeckend, wenn der Patient höchstens sechs Tage bleibt. Das Krankenhaus macht ein Plus, wenn der Patient früher nach Hause geschickt wird. Ich will wissen, was eine Klinik für eine Bauchspeicheldrüsenoperation wie bei Peter Schöngraf abrechnen könnte. Herr Greif rechnet vor. Für eine solche Operation kann eine Klinik circa 7.300 Euro bekommen. Eine knapp zweiwöchige Behandlung mit Schmerzmitteln hätte circa 3.125 Euro gebracht. Differenz 4.175 Euro. Ob zwei Wochen Schmerztherapie in diesem Fall ausgereicht hätten? Im Nachhinein schwer zu sagen. Fakt ist, Krankenhäuser haben immer mehr zu tun. Seit Jahren steigt die Zahl der stationären Behandlungen. Mit der alternden Gesellschaft ist das allein nicht mehr zu erklären. Der AOK Krankenhausreport 2013 benennt als wesentliche Ursache Anreize des bestehenden Vergütungssystems. Die Krankenkassen sehen die Fallpauschalen inzwischen durchaus kritisch. Dabei hatten sie die Einführung vor zehn Jahren mitbetrieben. Das Ziel? Die Kassen wollten wissen, für was sie bezahlen. Heute müssen die gesetzlichen Kassen feststellen, es wird zu viel behandelt in Krankenhäusern. Es ist so, dass dieses Phänomen der Mengenmachung, also dass ein Arzt, ein Krankenhaus auf Menge geht, das haben wir auch festgestellt. Das hat die DRG, also die Fallpauschalen Begleitforschung festgestellt. Und da müssen wir genau hingucken, woran liegt das? Ist das ein Problem des Abrechnungssystems? Oder ist es zum Beispiel ein Problem, dass es bestimmte Art von Verträgen gibt, die eine bestimmte Menge für Ärzte vorsehen? Nur genau da kommen wir dann ans Informationsproblem. Wir können mit der Forschung gucken, stimmt das Fallpauschalensystem in dem Punkt. Wir können aber natürlich nicht gucken, wie sehen die Arztverträge aus von bestimmten Kliniken. Solche Arztverträge bekomme ich von einem Informanten. Die meisten Kliniken in Deutschland schließen mittlerweile Zielvereinbarungen ab. Einem Arzt winkt dann mehr Geld, wenn er mehr operiert und behandelt. In einem Vertrag heißt es, die Unterzeichner seien sich einig, dass die Ziele vom Arbeitnehmer beeinflussbar, zumutbar und erreichbar sind. Laut dieser Abrechnung erhielt ein Arzt 40.000 Euro Bonus, unter anderem für 50 Knie- und 80 Wirbelsäulen-OPs. Ein Anreiz, mehr zu behandeln als unbedingt nötig? Wurde auch er operiert, weil es lukrativ für den Arzt war? Reinhold Stefani hatte zwei Bandscheibenvorfälle. Mit leichten Lähmungserscheinungen im Bein meldet er sich eines Abends in der Notaufnahme des Altmark-Klinikums Gadelegen. Noch in der Nacht wird er untersucht. Was hat der Arzt Ihnen am anderen Morgen gesagt? Der Arzt kam dann morgens früh rein und sagte gleich, Herr Schwanig, Sie werden heute noch operiert. Und was dachten Sie da? Ich denke, oh, halt, das geht aber schnell hier. Ich denke, naja, du warst nie im Krankenhaus. Ich hoffe, die machen alles richtig und die werden dich dann schon wieder auf die Beine bringen. Und dann ging es dann ruckzuck. Hat man Ihnen irgendwie alternative Behandlungsmöglichkeiten angeboten? Da wurde mir gar nichts angeboten. Es hieß nur OP und fertig. Ich habe mir mit dem Arzt vielleicht auch nicht mal fünf Minuten unterhalten. Und das war's. Ich habe ja den Ärzten vertraut. Eine komplizierte Rückenoperation ohne Alternativen genannt zu bekommen? Reinhold Stefani hatte kaum Bedenkzeit. Als seine Frau am anderen Morgen um 11 Uhr anruft, ist er schon fertig gemacht für den OP-Saal. Die Zahl der Wirbelsäulen-Operationen hat sich seit 2005 bei AOK-Versicherten mehr als verdoppelt. Die Techniker-Krankenkasse gibt an, 85 Prozent der von ihr bezahlten Wirbelsäulen-OPs sind unnötig. Die Stefanis fühlten sich von der Maschinerie-Krankenhaus überrumpelt. Also das war für uns alles ein bisschen viel auf einmal, dass er dann so schnell operiert wurde. Und im Nachhinein überlegt man ja auch, dass das vielleicht in eine andere Richtung hätte gehen müssen. Die hätten vielleicht erst mal untersuchen müssen, sag ich jetzt mal, was meine Meinung so ist, was die Ursache sein kann. Wie haben Sie sich da gefühlt? Schlecht. Sehr schlecht. Ich fühle mich auch heute noch sehr schlecht, muss ich darüber dazu sagen. Weil das Ganze ist ja ein großer Einschnitt für ihn. Nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie. Früher war Reinhold Stefani ein aktiver Mann. Freiwillige Feuerwehr, Fußballverein, Reiten. Nach der OP wurde sein Leiden immer schlimmer. Er wurde nochmal operiert, wechselte das Krankenhaus. Ob die erste Operation schuld daran ist, dass er heute im Rollstuhl sitzt, kann er nicht sagen. Mithilfe eines Rechtsanwalts will er diese Frage klären. Ich fahre zu der Klinik, in der er zuerst operiert wurde. Nach Gardelegen bei Magdeburg. Dort operiert seit 2011 ein neuer Arzt. Sein Spezialgebiet Wirbelsäulenoperationen. Seitdem stieg der Umsatz der Klinik gut 1,6 Millionen Euro mehr in der Chirurgie von 2011 auf 2012. Ein Plus von über 40 Prozent. Ich versuche mit den Verantwortlichen zu reden. Das Klinikmanagement verweigert uns jegliche Auskunft. Verweist auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Gegen den Arzt. Ein anderer Arzt der Klinik dagegen will mit uns reden. Allerdings nur im Beisein seines Anwaltes. Bis zum Sommer war Dr. Falkenberg Chefarzt der Chirurgie. Er hatte zusammen mit fünf weiteren Ärzten einen Brandbrief erst an die Klinikleitung und dann an den Aufsichtsrat geschrieben. Die Operationen und Abrechnungen des Kollegen kamen ihnen verdächtig vor. In einer Vielzahl von Fällen sind Patienten unnötigerweise Operationen unterzogen und die betroffenen Patienten über die Möglichkeiten konservativer Behandlungen nicht oder nur unzureichend aufgeklärt worden. Warum haben Sie mit Ihrem Kollegen zusammen diesen Brief geschrieben an die Klinikleitung? Wir haben vor einem Jahr uns an die Geschäftsführung des Altmarkklinikums gewandt, weil wir in großer Sorge waren um unsere Patienten. Und dies hat leider nicht gefruchtet. Und dann haben wir uns mit dem Brief an den Aufsichtsratsvorsitzenden gewandt, um hier eine Klärung herbeizuführen. Haben Sie konkrete Anhaltspunkte für Körperverletzungen oder Falschabrechnungen? Diese Frage würde ich gerne antworten, kann ich aber aus rechtlichen Gründen nicht. Ich könnte das gegenüber der Staatsanwaltschaft tun, die hat mich aber leider noch nicht befragt. Mir sind Patientendaten zugegangen, anonym, aus denen sich entnähen ließ, nachdem sie ärztlich geprüft worden sind, dass Patienten behandelt wurden ohne medizinische Indikation, das heißt also ohne Grund, oder aber dass auch Abrechnungsbetrügereien vorliegen konnten. Schwere Vorwürfe, die von der Staatsanwaltschaft geprüft werden. Der Spezialist praktizierte offenbar noch Monate weiter. Dr. Falkenberg dagegen wurde gekündigt. Einer der Vorwürfe, er hätte zu wenig Umsatz gemacht, nicht genug operiert. Die Wirtschaftsmaschine Krankenhaus braucht täglich neuen Nachschub. Notärzte wie Dr. Schneider können dies schon lange nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren. Er arbeitet auch als Narkosearzt, ist bei vielen OPs dabei. Was erleben Sie denn so im Alltag als Notarzt mit Kliniken? Ich weiß von vielen Kollegen, die schon Schwierigkeiten haben, ihre Patienten in bestimmte Krankenhäuser zu fahren, weil sie doch das Gefühl haben, dass jeder Herzschmerz sofort an einem Herzkatheter behandelt wird und jeder Kopfschmerz sofort durchs Computertomogramm gejagt wird. Und das macht natürlich dann ein ungutes Gefühl, dort einen Patienten hinzubringen. Die Zahlen scheinen Dr. Schneider zu bestätigen. 2009 wurden in Deutschland doppelt so viele Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt wie in der Schweiz. Trotzdem sterben in Deutschland relativ gesehen doppelt so viele Menschen am Herzinfarkt. Inwiefern würden Sie sagen, ist das Patientenwohl in deutschen Krankenhäusern gefährdet? Das Patientenwohl im Moment ist massiv gefährdet, weil der ethisch-medizinische Anspruch, den wir Ärzte und das Pflegepersonal und die Rettungsassistenten und alle, die in dem Bereich arbeiten, an sich und ihre Arbeit haben, von der Realität inzwischen massiv abweicht. Eigentlich ist der Arzt geworden, weil er Leben retten wollte. Doch der Kostendruck auf die Kliniken macht ihm und seinen Kollegen den Beruf schwer. Wie ist denn das derzeit, als Arzt in der Klinik zu arbeiten? Unbefriedigend, extrem unbefriedigend. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass darüber, dass der wirtschaftliche Druck auf die Krankenhäuser so groß geworden ist, ich auf der einen Seite zusehen muss, dass die Einnahmen des Krankenhauses möglichst steigen und auf der anderen Seite die Ausgaben möglichst sinken. Einnahmensteigerungen kann ich machen über vermehrte lukrative Maßnahmen, also in erster Linie Operationen, diagnostische Maßnahmen, die sehr aufwendig sind, die sehr kostenintensiv sind. Darüber kann ich die Einnahmen steigern, die Ausgaben senken kann ich allein durch Personaleinsparungen. Einnahmen steigern, Kosten senken. Vokabular aus der Betriebswirtschaft. Dabei sollte es doch um den Menschen gehen, denke ich mir. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sie vertritt die Interessen der Kliniken. Geschäftsführer Georg Baum bestreitet, dass es in den Krankenhäusern mehr und mehr ums Geld geht. Würden Sie ausschließen, dass Krankenhäuser tatsächlich versuchen, mehr Fallzahlen zu generieren, als notwendig wäre? Über das medizinische Notwendige hinaus nicht richtig ist, dass die Notwendigkeit, sich als Krankenhaus wirtschaftlich zu verhalten, dass die zugenommen hat in den letzten zehn Jahren. Das haben auch nicht die Krankenhäuser selbst so gewählt, sondern der Gesetzgeber hat Anfang der 2000er Jahre ein neues Finanzierungssystem eingeführt, bei dem die Krankenhäuser verpflichtet sind, alles zu tun, um Verluste zu vermeiden. Das Fallpauschalensystem ist also darauf ausgelegt, Verluste zu vermeiden und kostendeckend zu arbeiten. Umso erstaunlicher, wenn Kliniken stolz verkünden, dass sie Gewinne erwirtschaften. Wie die Berliner Charité. Gewinne erzielt man auch mit Einsparungen. Ich besuche eine Familie, deren Kind 2010 in der Charité zur Welt kam. Eine Frühgeburt. Die Familie möchte nicht erkannt werden. Das Baby sei stabil gewesen, bis es sich mit Keimen infiziert habe. Obwohl es isoliert im Brutkasten, im sogenannten Inkubator lag. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Die Eltern berichten, das Personal habe anscheinend unter Druck gestanden. Wir haben teilweise festgestellt, dass unser Kind ein schwarzes Haar am Tubus hatte. Die Schwestern sind von einem zum nächsten Inkubator gerannt und haben nicht immer die Hände desinfiziert. Was ist Ihnen bei dem Reinigungspersonal im Krankenhaus aufgefallen? Das hat sich teilweise auch gegen die Anweisungen der Schwestern gesträubt. Das heißt Mundschutz oder gewisse Kittel anziehen. Die standen schon unter Zeitdruck und wollten natürlich schnell mit einem Zimmer fertig werden. Fußboden wird schnell rübergewischt. Man sieht danach, dass nicht 100 Prozent der Fläche abgewischt wurden. Das ist für so einen Keim dann eine schöne Geschichte. Der wird natürlich nicht von der Intensivstation verschwinden können. Nicht nur ihr Kind. Fast die Hälfte der Kinder auf der Station war angeblich mit den Keimen infiziert, erzählen die Eltern. Bis heute ist ihr Kind in der Charité in Behandlung. Die Lunge sei angegriffen. Das Kind könne nicht in einen Kindergarten gehen. Zu groß die Gefahr, dass es sich ansteckt. Es ist nicht das einzige Mal, dass sich Keime auf der Frühchenstation hier in der Charité verbreiten. Während unserer Dreharbeiten werden Infektionen mit Darmkeimen bekannt. Auch diesmal der Vorwurf, mangelnde Hygiene sei schuld. Die Charité hat die Krankenhausreinigungen eine Gesellschaft ausgegliedert. Eine Sparmaßnahme. Wir möchten von der Klinikleitung wissen, ob man einen Zusammenhang sehe zwischen zu wenig Pflegepersonal, dem Outsourcen von Reinigungskräften und dem Auftreten von Keimbefall in erhöhtem Maße. Schriftlich heißt es. Ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Keimen und der organisatorischen Zuordnung von Personal, intern oder extern, oder der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter, ist nicht pauschal gegeben. Auf den Fall der Familie aus 2010 angesprochen, heißt es, dass pro Kind ca. 70 Händedesinfektionen pro Tag durchgeführt werden. Damit liegt die Charité bundesweit in der Spitze. Mit über 700 Mitarbeitern entspreche die Reinigungsleistung den branchenüblichen Werten und ist seit mehr als sechs Jahren unverändert. Keime bei Frühchen waren auch im Klinikum Bremen-Mitte ein tödliches Problem. 2011 sterben drei Babys, zahlreiche andere erkranken. Der damalige Leiter der Frühchenstation warnt in einem internen Schreiben vor den Zuständen. Er will uns ein Interview geben, aber die Klinik lässt ihn nicht. Ein Gutachten der Staatsanwaltschaft im laufenden Ermittlungsverfahren untersucht insgesamt 34 Fälle mit eindeutigen Ergebnissen. Es war nicht genügend Fachpersonal vorhanden. Die Kind-Pflegerelation musste zwangsläufig zu Defiziten im hygienischen Verhalten des Personals führen. Hier im Vivantes-Klinikum Spandau besuche ich einen Hygienefachmann. Gute Hygiene, eigentlich doch eine Grundregel im Krankenhaus, sollte man meinen, und nichts, wo gespart werden sollte. Klaus-Dieter Zastrow hat die Keimskandale von Bremen und Berlin aufmerksam verfolgt. Wenn Keime von einem Brutkasten zum nächsten wandern, sei das ein Alarmzeichen für die hygienischen Zustände. Sehen Sie da einen Zusammenhang zu Sparmaßnahmen? Die Sparmaßnahmen können auch hier wieder eine Rolle spielen, wenn man zu wenig Personal hat. Dann kann es auch hier wieder dazu kommen, dass Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Dass ein und derselbe Kittel getragen wird, dass der Mund-Nasenschutz gar nicht getragen wird, dass man schnell rübergegriffen wird auf den anderen Inkubator und man kontaminiert. Dann den nächsten Bereich und von dort aus kann es dann weitergehen. Warum wird so am Personal gespart? Nun, in erster Linie ist das natürlich ein finanzieller Grund, dass man versucht, mit so wenig wie möglich Personal, wie es so schön heißt, wirtschaftlich oder auch gewinnbringend zu arbeiten. Sparen am Personal? Auf Kosten der Patienten? Gesundheitsmesse Medika. Als ich in die Hallen komme, wird klar, immer mehr Technik, immer teurere Technik. Gerätemedizin wird im Fallpauschalensystem gut bezahlt. Egal ob die Klinik privat, kirchlich oder kommunal ist. Die Hightech-Maschinen sind immense Investitionen. Da muss wohl an anderer Stelle eingespart werden. Wo? Das erlebt Ulrike Werder täglich. Sie ist Honorarkrankenschwester für Intensivmedizin, füllt die Lücken in den Dienstplänen verschiedener Krankenhäuser. Was heißt das für den Patienten? Also was bedeutet das für die? Dass man wenig Zeit für die hat. Dass sie sehr oft alleingelassen sind mit ihrer Angst, mit ihren manchmal auch Schmerzen, die sie eigentlich gar nicht haben dürfen, wenn sie richtig behandelt werden. Oft genug habe ich, wenn ich von der Arbeit komme, ein schlechtes Gefühl, dass ich eben nicht alles gemacht habe, was für den Patienten besser gewesen wäre. Personalkosten sind der größte Posten in jedem Krankenhaus. Sie machen durchschnittlich gut 60 Prozent der Ausgaben aus. Deswegen versuchen Kliniken seit Langem hier zu sparen und Pflegeprozesse weiter zu straffen. Die Zahl der Pflegekräfte an deutschen Krankenhäusern sinkt seit Jahren. Die Zahl der Fälle steigt jedoch. Immer weniger Pflegekräfte für immer mehr Patienten. Sparen. Beim Personal oder sogar gleich beim Patienten selbst. Ein Weg. Frisch Operierte so schnell wie möglich wieder loswerden. Blutige Entlassung heißt das in der Branche. Wieso müssen Sie die Patienten so früh wie möglich verlegen? Weil halt eben schon zur Beaufnahme des Patienten schon klar ist, dass die Liegezeiten so niedrig wie möglich sind. Und dann ist es halt gewünscht, dass der Patient so schnell wie möglich die Station wieder verlässt und in nachgeordnete Versorgungseinheiten kommt. Eine dieser Nachversorgungseinheiten ist die Reha-Klinik Bad Bramstedt. Hierher kommen immer mehr blutig Entlassene. Einer von ihnen, Heinrich Holderbach. Sieben Tage nach seiner Hüftoperation wurde er vom Krankenhaus in die Reha überwiesen. Mit einer noch nicht verheilten OP-Wunde. Hatten Sie den Eindruck, dass das jetzt an der Zeit ist, dass Sie entlassen werden können? Oder wären Sie gerne noch länger im Krankenhaus geblieben? Also ich fühlte mich sehr hilflos und wäre schon gerne geblieben. Denn alles, was ich machte, war also sehr beschwerlich. Haben Sie das Gefühl, dass da auf Ihre Bedürfnisse wirklich geachtet wurde? Naja, die Wunde hat er am Donnerstag nochmal genässt, danach nicht mehr, dann kann er ja weg. Ganz einfache Sache und dann können wir den nächsten operieren. Sechs bis sieben Tage nach der Operation kommen die Patienten heute im Schnitt hierher. 15 Prozent davon kommen zu früh und verursachen so Extrakosten. Bei der Wassergymnastik kann er Holderbach mit einer frischen Wunde nur zusehen. Er braucht Einzeltherapie. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie jetzt hier nur zusehen dürfen und nicht mitmachen? Es deprimiert, weil man mobilisiert ja auch Kräfte, wenn man merkt, es geht aufwärts. Und in der ersten Woche habe ich kein Vorwärtskommen entdeckt. Und dann sehe ich, wie Sie hier so schwimmen und sich im Wasser bewegen. Wirst du das jemals auch schaffen? Das ist so der Gedanke dann. Für Physiotherapeutin Janina Andresen bedeutet das mehr Arbeit, mehr Rücksichtnahme auf die Patienten. In der ersten Woche, sagt sie, könne kaum einer an einer Gruppentherapie teilnehmen. Also die Patienten kommen einfach definitiv schlechter zu uns. Die sind wesentlich weniger belastbar, haben mehr Schmerzen, Bewegungseinschränkungen dadurch. Und sind einfach teilweise wirklich überfordert von der Wehe. Es scheint, als habe die Maschinerie Krankenhaus etwas Wichtiges aus den Augen verloren. Den Menschen. Die Pauschalen berücksichtigen den einzelnen Patienten und seine Krankheitsgeschichte zu wenig. Auch das Bundesgesundheitsministerium beobachtet eine schwer zu erklärende Zunahme stationärer Leistungen. Von uns gefragt, ob sie einen Änderungsbedarf sehen, um Missbrauch einzudämmen, heißt es schriftlich. Es ist nicht angezeigt, das System als Ganzes in Frage zu stellen. Dieses Rad müsse zurückgedreht werden, fordern Patientenvertreter wie Wolfram Arnim Candidus. Also es müsste hier ein ganzheitlicher Ansatz da sein mit der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Und deshalb die Forderung von uns, weg von Pauschalen hin zu einer individuellen Vergütung für die Leistungen, die für einen Patienten erbracht worden sind. Die Franzosen tun das. Die haben Table-PCs, wo bei jeder Visite, bei jedem Vorgang sofort eingegeben wird, was am Patienten gemacht wurde. Das landet in der zentralen Abrechnung der EDV und damit kann ich nachweisen, welchen Aufwand ich hatte. Und danach wird berechnet. Doch solange dieses System in Deutschland so bleibt, ist der Patient weitgehend auf sich selbst gestellt. Er sollte ärztlichem Rat nicht blind vertrauen, sondern sich eine weitere Meinung einholen, um der Patientenfabrik nicht ausgeliefert zu sein. Er sollte er nicht auf sich selbst gestellt werden, sondern sich eine weitere Meinung einholen, um der Patientenfabrik nicht zu sein.